Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Spione Saboteure Attentäter Wir alle haben schreckliche Taten begangen im Namen der Rebellion Kessian Endor Egal was du mir oder dir selbst sagst Letztendlich wirst du im Kampf gegen diese Bastarde sterben Würdest du nicht lieber alles auf einmal geben? Für etwas Echtes? Wir haben uns für eine Seite entschieden Wir kämpfen gegen die Dunkelheit Es gibt hochorganisierte Bemühungen Forsche nach und setze eine Jagd an Ist dir klar, was du da in Gang gesetzt hast? Viele werden leiden Jetzt zwingen wir sie zu handeln Was kostet uns das? Einfach alles! Jeden Tag, den wir warten Werden sie stärker Lass uns sie überraschen Für die gerechte Sache Nenn es wie du willst Dann nennen wir es Kree Die Völker werden sich erheben Sie haben Angst Genau jetzt haben sie Angst Los jetzt! Festhalten! Überall hier ist Leben Schätze es Stell dich dem Tod Ehre es Fürchte ihn nicht Jedi Ahsoka ist eine Jedi Der beste Weg, dich zu beschützen Ist dir zu zeigen, wie du dich selbst schützt Meister Doku Ich will doch nur Frieden und Ordnung der Galaxis bringen Meister, hört auf! Nur auf diesem Weg erringt ihr den wahren Sieg Mein alter Padamon Nochmal! Nochmal! Doku Haltet euch zurück! Ich bin es leid zu kämpfen Ich habe sie seit Jahren vor einer kommenden Bedrohung gewarnt Hoffen wir, dass sich das Training ausgezahlt hat Und wer bist du? Und wer bist du? Das ist der, den du gerettet hast? Du bist so etwas wie sein Vater Ein Clan Von zwei Aber du hast deinen Helm abgenommen Dann bist du ab sofort Kein Mandalorianer mehr Dein Kult Hat unser Volk gespalten Hat unser Volk gespalten Wo bist du damals gewesen? Dachtest du, dein Vater ist der einzige Mandalorianer? Also dann, Kleiner Festhalten Bist du bereit für ein Abenteuer? Bist du bereit für ein Abenteuer? Bist du bereit für ein Abenteuer? – Bist du bereit für ein Abenteuer? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schönen 16. Geburtstag, Kind Meine Lieblingskunden, was kann ich für euch tun? Die Legende besagt, dass eine Hexe an ihrem 16. Geburtstag ihre Kräfte erhält. Die Legende besagt, dass eine Hexe an ihrem 16. Geburtstag ihre Kräfte erhält. Die Legende besagt, dass eine Hexe an ihrem 16. Geburtstag ihre Kräfte erhält. Die Legende besagt, dass eine Hexe an ihrem 16. Geburtstag ihre Kräfte erhält. Verteilt euch! Schwester! Das waren keine 1,80. Warte! Ich bin ein guter Zombie! Ich weiß, Veränderungen können einem Angst machen. Sie können aber auch aufregend sein. Seit ich eine Prinzessin auf einer Werbetafel kennengelernt habe, weiß ich, dass man sich im Leben manchmal etwas trauen muss. Ein neues Leben wartet auf uns. Schon bald wird sich all das hier wie unser Zuhause anfühlen. Das ist alles Teil unseres Abenteuers. Das ist kein Abenteuer, das ist Chaos. Das Chaos lebt von Abenteuern. Nancy! Edward! Robert! Glückwunsch! Ach, sowas nennt man Renovierungsprojekt. Ja, eure Untertanen kümmern sich um den Burggraben, die Fassade und den Balkon, von dem ihr herab singen könnt. Jetzt ich's auch. Okay. Mervyn, Monroe. Ich hätte ihnen das Haus verkauft, aber ich handle eher mit Luxusobjekten. In Andalasien, da musst du lediglich dein Glück nicht bis ans Ende aller Tage finden. Diese Welt ist völlig anders. Wenn dir diese Welt nicht zusagt, dann musst du sie ändern. Ich wünschte. Ich wünschte. Buschiges Backenhörnchen! Warte mal, wieso kann ich sprechen? Ich wünschte. Ich hab mir ein Leben wie ein Märchen gewünscht und dann lief alles schief. Oder absolut richtig? Mein zwölften und letzten Gongschlag wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Steh, Mutter! Oh, oh. Oh, Giselle. Was hast du nur getan? Ah! Das ist böse. Bitterböse. Oh! Also ist es nostro, Bistie. Vielen Dank.